nicht nachmachen und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge der xx show und freunde wir haben heute mal wieder ein zerschneide video für euch vorbereitet mit dem teil hier das ist ein beamer der ist leider kaputt also der macht kein bild mehr sonst würden wir den auch nicht zerschneiden also wir haben ja schon viele bekloppte sachen bei der xx show gemacht aber einen funktionstüchtigen beamer zu zerschneiden so bekloppt sind wir dann doch wieder nicht aber der ist jetzt wie gesagt kaputt und deswegen können wir uns auch mal leisten da rein zu schauen da wollen wir nämlich mal gucken was da ich hier so drin steckt von außen sieht man ja nicht so viel hier sehen wir noch die verpackung hier unten ist auch nicht viel zu sehen man kann ja so ein bisschen hier in die linse reingucken aber da sieht man auch nichts und deswegen werden wir den jetzt hier gleich mal aufschneiden und zwar hier mit mal wieder wenn wir jetzt hier mit einer säge ankommen würden das würde ja nicht viel bringen dafür ist hier ein bisschen zu robust aber mit der flex hier da wird er schon besser klappen und dann können wir auch direkt mal anfangen damit so das war ein schnitt da sieht man allerdings noch nicht so viel scheint auch ein bisschen robuster zu sein das heißt da müssen wir schon ein bisschen weiter gehen so jetzt sind wir unten auch schon mal ein bisschen durch das reicht uns allerdings auch noch nicht denn das ist so stabil da kommen wir einfach mal nicht in zwei teile wenn wir den jetzt hier noch so ein bisschen durchschneiden dann machen wir oben mal noch ein bisschen weiter dann machen wir noch mal von der seite hier weiter so das ist komplett schon einmal fast drum herum aber der ist immer noch ziemlich fest zusammen das heißt wir machen jetzt noch ein bisschen weiter so ich glaube jetzt haben wir den durchbruch geschafft jetzt können wir das endlich mal so ein bisschen auseinander nehmen und dann schauen wir uns mal an wie davon immer so aussieht okay ganz kann man das noch nicht auseinander nehmen aber dann drehen wir uns noch so ein bisschen zurecht so und jetzt ist das endlich in zwei teilen auseinander und hier sieht es schon ganz schön kompliziert aus wir können hier auf jeden fall viele verschiedene elektronische elemente sehen aber keine ahnung welches jetzt wofür da ist dafür bin ich jetzt auch nicht zu sehr am fach aber wir sehen hier auch schon in den bereich von der linse und sehen hier auf jeden fall auch paar kabel und dann schauen wir uns das andere ding nochmal an so hier haben wir auf jeden fall auch ganz schön viele elektronische elemente hier sieht es auch noch ein bisschen anders aus hier ist wahrscheinlich auch noch mal ein bereich der für das bild dann zuständig ist und wir sehen auf jeden fall dass so ein beamer ganz schön komplex zusammengebaut ist also das sieht man gar nicht so wenn man von außen da drauf guckt aber das sieht man natürlich dann schon wenn man das hier ding mal aufmacht und liebe freunde das war's auch schon wieder von der heutigen folge der xx show wenn euch das video gefallen hat könnt ihr in den kommentaren mal schreiben dann gibt es auf jeden fall demnächst noch weitere zerschneide videos und wir sehen uns dann bei der nächsten folge bis dann tschüss tschüss